Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Kriegen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Kriegt. Kriegte. Hat gekriegt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich kriege. Du kriegst. Er kriegt. Wir kriegen. Ihr kriegt. Sie kriegen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich kriegte. Du kriegtest. Er kriegte. Wir kriegten. Ihr kriegtet. Sie kriegten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gekriegt. Du hast gekriegt. Er hat gekriegt. Wir haben gekriegt. Ihr habt gekriegt. Sie haben gekriegt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich kriege. Du kriegst. Er kriege. Wir kriegtet. Ihr kriegtet. Sie kriegen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich kriegte. Du kriegtest. Er kriegte. Wir kriegten. Ihr kriegtet. Sie kriegten. Den Schluss macht der Imperativ. Kriege du. Kriegen wir. Kriegt ihr. Kriegen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb kriegen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020